hallöchen ja es kommen wieder videos wie ihr richtig seht also ja es beginnt wieder die der kurze moment ist vorbei oder kurzer die kurze zeit also wo ich keine videos gemacht habe ist vorbei ja moment ich strebe bis mit den saunen leise damit ich mich ein bisschen konzentrieren kann was ich klappe so und zwar ja es kommen wieder videos weil ich habe wieder lust drauf und soll ich mir überlegt dass ich mein kanal auch ein bisschen verändere ja also dass ich jetzt nicht nur les plays machen sondern auch was anderes mache weil ich habe ja schließlich auch einen neuen kanal gemacht die verrückte kiste die wir können wir kennen es und die nicht ja jetzt geht so auf jeden fall habe ich auch einen neuen kanal gemacht die verrückte kiste also in zwei kanal wo ich auch was anderes bieten kann aber da habe ich jetzt auch einige zeit nichts hochgeladen und ja gut wie soll ich sagen ich habe einfach gedacht ja ich ja einfach keine lust einfach keine lust ja jetzt ist die lust halt ein bisschen wieder da wo ich auch ein bisschen auch was anderes machen will und ja deshalb dachte ich mir hey hallo leute jetzt geht's wieder los so okay ja so wie spielt jetzt ein bisschen meine overwatch für den start ich weiß ja das ist gerade nicht so prickelnd der anfang weil ich mich konzentriere zu plappern so aber ja jetzt jetzt kann ich mich wieder ein bisschen konzentrieren so habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen ach ja genau und zwar werde ich halt nicht weil ich halt videos machen nur wenn ich halt lust habe also wenn ich halt jeden tag sondern halt einmal in der woche auf jeden fall einmal der woche kommt auf jeden fall ein video also versuche ich zumindest so versuchen aber ich denke weil das sollte schon drin sein auch wenn es nur ein einminütiges video ist oder zwei minuten zwei minuten oder keine ahnung auf jeden fall wird das wird ja schon drin sein okay gut ich denke mal da habe ich jetzt alles gesagt und jetzt sag mal hallo jetzt geht's wieder los so genau okay es war ein bisschen komisch der start jetzt was ich geplant habe aber ich hoffe ihr habt alles verstanden wenn nicht dann schreibt es in den kommentaren mich würde gerne interessieren wie viele aktiv noch von euch sind also weil ich halt so lange nicht aktiver und keine videos gemacht habe und ja da deshalb würde es mich interessieren wer noch da ist und wer nicht da ist ihr müsst kein kommentar schreiben ihr könnt euch nur das video angucken und ein dislike da lassen das reicht auch schon ja dass das das reicht auch schon aber ein like wäre besser ein like wäre besser so okay ja so gut da kann ich mir zwei zum spielen konzentriert zehn kill hat eine schöne so moment jetzt kommen wir videos was sich viel videos macht ist halt nicht nur halt jetzt plane ach ja was jetzt fragt was mit dem zweiten kanal ist ja da kommen ja auch videos aber das ist halt so halt nur in ihm kanal was ihr damit machen wollt abonnieren die abonnieren disliken blocken oder toby und kill wie der hansel gerade das gemacht hat ihr könnt das auch machen also es ist ganz egal hauptsache ihr bleibt schön bei beim rox lp und den namen will ich auch wahrscheinlich ändern da ich keine let's place mache werde in zukunft und ja wir gucken ich könnte auch mein geschütz aufstellen aber das ist für mich fremd was ich brauche kein geschütz ok gut so und da bringen sie halt zu ende abgestoppt ok nee ich stehe mir der anderen ich nehme ich nehme wieder oh ja soll ich mal was ich drauf habe ja ganz genau gar nichts immer schon die ruhe bewahren oder das habe ich gelernt bei video maker und auch klicken und nicht nur zuschauen ja 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 das war sowieso nichts gewesen ok so wiii hätte schief gehen können au so nach drei kills braucht der gegner da ist er schon nee das ist ja nicht der refill hatte die führung übernommen auch gut ich bin letzter platz gut so das beginnt gut so ok so aber dieses video dient eigentlich nur als info also nicht jetzt zeit als gameplay ihr könnt jetzt abschalten wenn ihr wollt aber ja es ist sowieso schon vorbei gut so dann ist das perfekte timing für das highlight anzusehen genau ich wollte doch tschau sagen aber erster nach naja ich will nicht sagen dass es gar nicht so schlecht war aber es war halt ja was besseres erwartet da gut so ja das war es leider mit diesen kleinen info und ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe die aufnahme auch gepasst es könnte auch sein dass ein paar fehler aufgetreten sind weil mich zuletzt aufgenommen habe sind ein paar fehler aufgetreten aber ich hoffe es passt alles für dich dann halt dich dann tschau bis zum nächsten mal leute und bis jetzt bei einem anderen video und lasst euch überraschen tschau tschau